Hallo liebe War Dragons Freunde und die neue Saison beginnt, die neue Herbstsaison. Wie ihr sehen könnt, heißt sie Strange Lands und wir fangen gleich an mit Woche 1. Ihr könnt hier auf dem Bild schon vier schöne Drachen sehen und die werde ich euch gleich im Anschluss erklären. Woche 1 bis 2, der Discount Drache wird ein Hunter sein, ein Jäger, Gillas und zwar mit dem Element Feuer. Dann auch noch ein legendärer Zauberer und zwar mit dem Element Dark, den gibt es nebenbei, das ist Immix. Wenn wir jetzt gleich zu dem Mythischen gehen, sie haben hier etwas mit dem Bild nicht in Ordnung gehabt beim Online Stream, wie ihr es sehen könnt. Also sie haben es dann versucht besser zu machen, ist aber nicht wirklich besser geworden. Deswegen seht ihr, so wäre es jetzt besser geworden, sie sind dann aber wieder zurückgesprungen auf dieses Bild hier. Gehen wir zu den Mythischen. Der erste Mythische ist ein Wind in Vorka und zwar mit dem Namen Steel Wing und der zweite, wie ihr sehen könnt, ist ein Krieger. Den Namen kann man nicht lesen auf dem Bild. Wird ein Dark Krieger sein bzw. werden und zwar mit dem Namen Nokma. Und was es dann noch zu sagen gibt bei Woche 1 bis 2, Baseboost ist auf die Hälfte reduziert, wie auch der Discount Drache Gillas und das war es auch schon. Gehen wir weiter zu Woche 3 bis 4. Hier haben sie nicht wie üblich das Standardbild gezeigt, sondern einfach nur den Champion Reiter Krog, der in Woche 3 bis 4 hinzugefügt wird. Und es gibt natürlich wieder 20% plus auf die Ressourcen in diesem Strang. Da es in Woche 3 bis 4 nicht mehr zu sagen gibt, gehen wir gleich weiter. Und zwar zu Gillas, dem Discounter. Es wird, wie ich euch schon gesagt habe, ein Hunter bzw. Jäger werden mit dem Element Feuer. Ja, bin schon echt gespannt drauf. Schauen wir uns die Skills an. Gillas hat einen passiven gelben Skill, wie ihr seht und der erhöht den Atemschaden des Drachens um 75%. Was echt top ist. Dann der erste aktive Skill ist ein weißer Skill mit dem Namen Sandstorm. Benötigt eine Rage. Der Drache fliegt 20% langsamer und weicht allen Angriffen aus, die keine Strahlenattacken sind. In dieser Zeit schadet er auch noch den Türmen, und zwar für 8%, die der Drache an HP hat. Und das für jede bzw. in jeder Sekunde. Die Dauer des Skills beträgt 5 Sekunden und der Cooldown 2 Sekunden. Das heißt, 5 Sekunden macht er diesen Schaden an den Türmen. Dann gehen wir zum nächsten Skill. Ist wieder ein weißer Quickdraw. Benötigt aber keine Rage, was natürlich immer top ist. Der Drache lädt 50% seiner Hunter Munition wieder nach. Und nimmt 5% maximal an HP als Damage an. Das heißt, 5% kann er aushalten in dieser Zeit. Cooldown 2 Sekunden. Da der Skill keine Rage benötigt und die Cooldown auch sehr gering ist, könnt ihr den echt oft einsetzen. Das heißt, die Hunter Ammo wird euch normalerweise oder sollte euch nicht ausgehen. Dann gehen wir zum letzten Skill. Distract ist ein aktiver roter Spell. Benötigt eine Rage. Der Drache schadet in der Nähe befindlichen Türmen für 20% seiner HP. und gewinnt 0 Rage. Okay, das hätten sie auslassen können, aber egal. Wenn er eh keine Rage dadurch gewinnt. Dann der Drache stellt 12% seiner HP, die er selbst besitzt, wieder her und wird für 2 Sekunden unsichtbar. Die Dauer ist 2 Sekunden. Cooldown 5 Sekunden. Ich finde, hört sich gar nicht so schlecht an für einen Discount-Drachen, der einen passiven Skill hat, 2 weiße und nur einen roten. Ihr wisst ja, es gibt dann oft roten, blauer. Nein, der Drache kann sogar Hunter Ammo wiederherstellen. Benötigt dafür keine Rage. Was ich sehr top finde. Deshalb denke ich, das ist sicher ein guter Discount-Drache. Bin schon gespannt. Also den Jäger hole ich mir sicher gleich. Aber wie alle anderen ist der Discount da eigentlich immer Pflicht. Wenn man so schnell als möglich einen mythischen Drachen haben möchte. Hier noch die Runen und Glyphen. Da könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Ich gehe dann gleich weiter zum nächsten Drachen. Wie kurz am Anfang bereits erwähnt, ist das der zweite legendäre Drache, den es schon in Woche 1 zu holen gibt. Und zwar Immix. Ein Zauberer. Ein dunkler. Und hier habt ihr auch gleich das Avatar-Bild, wenn ihr es haben wollt. Ich würde sagen, gehen wir gleich zu den Skills. Der erste Skill, Aspect of Steel, ist ein aktiver Weißer Skill. Benötigt eine Rage. Der Drache wird unsichtbar für 3 Sekunden und fliegt mit 50% seiner Geschwindigkeit. Während er unsichtbar ist, kann der Drache angreifen und seine Spells nutzen, ohne dass er wieder sichtbar wird. Was natürlich echt top ist. Die Dauer 3 Sekunden, Cooldown 2 Sekunden. Wie ihr gesehen habt, hat der Drache nur weiße Spells. Gehen wir gleich zum nächsten. Aspect of Flame braucht eine Rage. Der Drache teilt 50% Schaden, die er als HP besitzt, an den umliegenden Türmen aus. Cooldown 5 Sekunden. Der nächste Spell, Aspect of Deceit, ist wieder, wie gesagt, ein aktiver Weißer Spell. Benötigt eine Rage. Da wird es interessant, der Drache kann einen Drachen herbeirufen, der vorne für Imix kämpft und absorbiert den eingehenden Schaden und die Supershots. Der herbeigerufene Drache hat 40%, die der Drache selbst an HP besitzt. Und der Angriff des herbeigerufenen Drachens ist 10%, die der Drache an HP besitzt. Dann zum letzten weißen Spell, Aspect of Decay. Ein aktiver benötigt eine Rage. Die betroffenen Türme teilen 20% weniger Schaden aus und erhalten 60% erhöhten Schaden, die der Drache austeilt. Wenn ihr diesen Spell nochmals anwendet, dann werden diese Türme, die betroffen sind, zerstört. Und zwar sehr schnell, Cooldown, 5 Sekunden. Also Imix hört sich gar nicht so schlecht an, der dunkle Zauberer. Ich würde dann gleich weitergehen. Hier noch einen kleinen Überblick über die Runen und Glyphen von Imix. Und dann gehen wir schon zu den mythischen. Nogma ist der dunkle, mythische Krieger. Nächste Saison geht es an mit den dunklen, also mit den Darkdrachen. Ja, Nogma, was gibt es hier noch zu sagen? Er sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Gehen wir gleich zu den Spells. Der Drache hat einen gelben und drei weiße Spells. Fangen wir aber von oben an. Endless Nightmare ist ein aktiver weißer Spell, benötigt eine Rage. Der Drache teilt in einem kleinen Bereich Schaden aus, und zwar für das Hundertfache, die der Drache an Angriff hat. Und heilt sich für 5%, die der Drache an HP hat. Dauer 3 Sekunden. Jetzt der wichtige gelbe Spell, Regime for Hope, ist ein passiver Skill. Und zwar hat der Drache 250% erhöhten Atemschaden. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut bei diesem Krieger. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Skill. Dread Aegis ist ein weißer, benötigt eine Rage. Sie haben das jetzt hier etwas, ja, weiß ich nicht, etwas nicht genau beschrieben. Aber ich verstehe es so, er bekommt ein Schild. Und zwar für 100%, die der Drache an maximalen HP hat, und teilt 10%, die der Drache an maximalen HP hat, aus an Schaden. Und zwar in einem Bereich, wie groß der Bereich ist, steht nicht hier. Die Dauer ist 4 Sekunden, Cooldown 2 Sekunden. Und schon sind wir beim letzten Spell. Doom Call ist ein aktiver Weißer, er benötigt eine Rage. Das hätten sie sich wieder sparen können, diese teilt 0% Schaden aus, die der Drache an HP hat. Das hätten sie sich sparen können, also teilt gar keinen Schaden aus. Und, aber dafür kann er die in der Nähe befindlichen Tauer einfrieren, und zwar für 4 Sekunden. Die betroffenen Türme erhalten 25% erhöhten Schaden, die Dauer des Kills 4 Sekunden, und der Cooldown ist auch 4 Sekunden. Das wäre es mit Nocma, mit dem ersten Mythischen. Hier noch die Runen und Glyphen, und dann gehen wir gleich weiter. Zum zweiten Mythischen der nächsten Saison, bzw. der kommenden, die ihr nicht mehr lange wartet. Und wie ihr schon vorher von mir gehört habt, handelt es sich hier um einen Invoker, einen Wind-Invoker. Gehen wir gleich zu den Spells. Ein kleiner Überblick über die Spells sagt mir schon, dass dieser Drachen nicht sehr viel Rage benötigt. Er hat auf jeden Fall einen gelben Skill, damit fangen wir gleich an. Das ist natürlich sein Invoker-Schuss, und der heißt Isolate. Das heißt, der Invoker-Schuss teilt 120% an Schaden aus, die der Drache an HP besitzt, also als Bonus-Schaden. Und soll dein Tower zerstört werden mit dieser Fähigkeit, okay, heilt sich der Drache für 0%. Also das finde ich immer lustig, wenn da 0% steht, das hätten sie sich dann gleich sparen können. Gehen wir weiter zum nächsten Skill. Also er hat einen starken Invoker-Schuss, heißt das einfach. Der nächste Skill ist ein aktiver weißer Spell, benötigt keine Rage, heißt Eagle Sight. Wenn ihr mit diesem Skill einen Tower markiert, dann wird der markierte Tower zerstört. Der Drache stellt 15% Gesundheit wieder her und eine Rage, Cooldown 5 Sekunden. Jetzt haben wir einen Blonde Skill, Predatory Glide, benötigt eine Rage. Der Drache wird für 2,5 Sekunden unsichtbar, während der Drache unsichtbar ist, macht der Drache 0% Schaden an den umliegenden Türmen, also gar keinen, auch keinen erhöhten Atemschaden. Jedoch fliegt der Drache nur mit 25% seiner Geschwindigkeit, die Dauer ist 2,5 Sekunden, Cooldown 1 Sekunde. Das heißt, ihr könnt euch sehr oft unsichtbar machen, was gar nicht so schlecht ist. Jetzt vom Schaden her, weil er jetzt da keinen Schaden macht, das ist nicht so schlimm, finde ich. Wichtig ist eher, dass man diesen Skill sehr oft verwenden kann, da die Cooldown nur 1 Sekunde beträgt. Gehen wir dann zum letzten Spell. Ist ein aktiver weißer Spell, benötigt eine Rage, Radiant Strike. Mit diesem Spell macht er dann Schaden. Also er schadet den umliegenden Türmen in einem kleinen Bereich für das 100-fache, die der Drache an Angriffspower hat. Und heilt sich auch noch für 5%, die der Drache an Gesundheit besitzt. Cooldown 4 Sekunden. Und wir sind fertig mit den Mythischen. Bin schon gespannt. Ich sage immer nur, wenn man sie fliegen sieht oder sie testen kann, dann oder in verschiedenen Videos sieht. Erst dann kann man sich entscheiden. Oder einfach im Forum liest. Jetzt so ein kleiner Überblick über die Spells. Hilft natürlich auch immer etwas. Und ich bin schon echt gespannt drauf. Ein Invoker, ein Wind Invoker und ein Krieger. Also dieses Mal bin ich schon echt gespannt. Und hier noch ein kleiner Überblick über die Runen und Klüfen von Steelwing. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit der Übersicht über den Online-Stream. Ich wünsche euch weiterhin alles Liebe. Weiterhin viel Spaß beim Spielen. Und wir sehen uns in der nächsten Saison. Tschüss, bye-bye.